So Leute, jetzt sind wir beim nächsten Booster und ich habe nochmal Dominaria United Set Booster. Dominaria United das Set, wo die Phryxianer sich offensichtlich hingesetzt haben, also sich offenbart haben und die Leute verprügelt haben. Richtig sick. Und wir haben, uh, Adjani, ist das eine Vorhersehung, was da gleich kommt. Und eine Ebene. Die sind wirklich schön. Vor allem mit diesen Engelsflügeln. Die sind wirklich, wirklich schön. Krass. Take up the shield. Zwei Mana, wir legen eine 1-Marke auf eine Kreatur. Sie kriegt Lifeling und die Sterbe-Cupils, meine Suez. Hier mit dem Schild. Ah, mit dem Glass-Schild. Das ist so cool. Hammerhand. Ein rotes Mana. Wir verzaubern eine Kreatur. Und wenn die ins Spielfeld kommt, kann die Kreatur in der Suche nicht blocken. Und die verzauberte Kreatur kriegt Blanzanz in Eile. Nicht schlecht. Vor allem mit Kamen. Aggressive Sabotage. Drei Mana, der Gegner wirft zwei Karten ab. Wir können für ein rotes Mana kickern. Wenn wir das machen, fügen wir drei Schaden zu dem Spieler zu. Na, ist nicht schlecht. Thrill of Possibilities. Zwei Mana, wir können als zusätzliche Kosten eine Handkarte abwerfen und zwei Karten ziehen. Die kennen wir schon. Cutdown. Ein schwarzes Mana wird zerstörende Kreatur mit total Power and Toughness von fünf oder weniger. Die wurde damals richtig hoch gehypt. Richtig hoch. Krass. Balduvian Atro City. Drei Mana, zwei, drei Menace. Wenn er ins Spielfeld kommt und gekickert wurde, also für ein rotes, bringen wir eine Kreaturenkarte und Mana kostet von drei oder weniger aus dem Spielfeld zurück. Sie kriegt Eile und wird am zweifels geopfert. Okay. Frixion Missionary. Also eine friktionische Missionärin. Okay. Zwei Mana, zwei, drei mit Lifelink. Wenn sie ins Spielfeld von Kikert wurde, für ein schwarzes, ein farbloses, bringen wir eine Kreatur aus dem Friedhof die Hand zurück. Uh, Aron, Benelius, Ruin. Sehr, sehr cooler Frixianer. Einfach nur, weil er auch als Commander sehr cool ist, finde ich. Zwei weiße, ein schwarzes, drei, drei Menace. Für zwei Männer tappen opfern wir eine andere Kreatur und legen wir eine Kreatur auf jeden Kreatur, die wir kontrollieren. Es gab damals in den Farben in Cards of Tarkia so richtig coole Outlast-Karten und generell schwarz-weiß mit Kreaturen-Opfern auf dem Commander. Ist immer geil. Immer, immer geil. Dann haben wir eine Stained Glass. Uh, die sind noch richtig hübsch. Tadjova, Steward of Tides. Für zwei Grüne, ein blaues, mehr Volk Druid, 3-3. Länder, die wir kontrollieren haben, fliegend. Immer wenn ein Land unter uns zu kontrolliertes Spiel kommt, wenn wir sieben oder mehr Länder haben, können wir ein Land zu einem 3-3-Element mit Eile werden lassen. Hm. Und unsere Rare ist Keldron Flamesage. Dramana 2-3 mit Enlist. Das heißt, wenn eine Kreatur angreift, kann man, also wenn diese Kreatur angreift, kann man die andere eine Nicht-Enlist-Karte toppen, um der plus X plus Null zu geben. Immer wenn die angreift, gucken wir uns die über seine X-Karten in der Sympothek an, wobei X die Power von dem ist. Wir können in Cinder Ressence mit den Mannekosten von X oder weniger exilen und den Rest unter das Deck tun. Und die andere Exile-Karte können wir die Sohn spielen. Nicht so gut, eigentlich. Aber gut, was soll's. Da haben wir ein Sword, Soaring Break, Dramana 2-3 fliegend und Welcome to Arena, ein Code. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ablaxate. Ciao, ciao.